Hello Barry What the fuck? Oha, hä? Oha! Abooooh! Was braucht ihr da? Und was ist das? Okay Ah der Zug kommt! Oh, der kommt! Der ist ja voll geil Der kommt! Wo? Der wurde doch grad angesagt Da sind 4 Steps Bei mir Ah! Boah! Boah! Boah, die Frau springt geil Cabin? Ich auch Nemesis Sturmgewehr Ich bin in love Der Zug kommt Halt mal auf Zug Was sind das geile Waffen, Digga? Hey, da gibt's einfach so Geräte, so Ständer, wo du dich heilen kannst! Ah, Hilfe! Hallo? Was ist das, wo du es? Gang! Was ist los? Ja, Helm wachsen ja! Ich bin da nicht schlimm! Ich mach nix, erste Runde, wir gucken eh! Einen hab ich! Wir picken die alle noch, was da ist! Mhm! Coole Waffe! Essen in der Hand ist schwierig! Mega! Meeee! Aber, bis jetzt, Digga? Hm? Gut! Ja! Bisschen ungewohnt mit den Waffen, ne? Hübsch! Nee, ich find die Waffen geil! Direkt schon! Ja, das schon! Aber ist für mich sehr ungewohnt! Und, wie wir wohnen! Und ready! Du bist verrückt, Scheiße, gell? Die sind in der Lobby! Aber, wie wir wohnen! Ja, wir bauen die Bälle, passt aber lang, ne? Mh, ne? Mh, ne? Mh, ne? Mh, ne? Mh, ne? Äh, ich glaub, bis länger sogar, ne? Ja, ja! Bist im März! Bist im März! Bist im 8. März! Bist im März! Bist im März! Mh, ne? Mh, ne? Maximal Level, um alles zu bekommen, beträgt, glaub ich, diesmal 250. Boah, das Teilchen ist geil. Und, äh, ja. Aber so, wir haben jetzt genug Zeit. Hm. Drei Monate. Klassik... Wettch... Z��고 Zuck euch bei dem Huh! Ah! Ah, Zuck dir. Zuck dir. Zuck dir. Zuck dir. Zuck dir. Zuck dir. Abstuck dir. Hier ist schwer genug Jetzt dorthin Wollen wir mit dem Zug mal Einmal um die Welt Was ist eigentlich dieses Gold, das wir aufheben? Ja Ich hab neun Stück Ich hab vier Stück Hast du schon heute gespielt, oder was? Nein Damit kann man wahrscheinlich wieder seine Waffen hochabreden Wurde an den Automaten da, ne? Ja I'm a savage Classy, moody, wretched Sassy, moody, nasty Haken, stupid, was hat man Was hat man I'm a savage Hey, warum rennen hier Bots rum? Die mich töten Ja, weil, äh, das ihr Revier ist Waaah? Jeder Eindringling wird anal genommen Andale, andale Das ist neu, ne? Müssen wir aufpassen, dass die uns nicht töten Doch, gibt's doch noch keine Männer Ja Mit keine Waffe Denken sie mein Revier Der ist süß, aber Man droppt aber von den Waffen, das ist geil Echt? Echt? Ja, ja Ja Wo ist Rico? Absolut Wie kann Munition da, Alter? Ey, die haben das total hübsch gemacht Kennst du? Hallo, kennst du? Hm Manjadak Boah, die haben sogar das Spielmenü geändert Guck mal Was ist denn eine Marina Schlüsselkarte? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Was ist denn das? Die haben das Spielmenü geändert, Einstellungen und sowas Einfach Buschbombe Ach, die Scheiße Ich hab'n Busch gemacht Die Busch, an der Buschka? Na Buschka? Was ist das? Zum Trinken? Die Karte ist ne Schatzkarte Wir können hier rein, Rico, das sind bestimmt Drops, Gute Was, wo rein? Hier, in dieses graue Haus Ah, ich mach' den Kärcher hier auf Mach' den Moonwork Mach' den Moonwork Jaaa Hier ist ne lilanes Sturmgewehr Hier ist ne lilanes Sturmgewehr Alter, hier kommen nur lilanes Sachen raus Nochmal Schilddrank Jaaa Und weiter Und weiter Ich nehm' euch die Schilddränke mit Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach Ich nehm' Ach 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 Schaut mal Oh nein Oh scheiße Bin durchs rote Licht gelaufen Schau mal Schatz Guck mal Guck mal Hier Hallo, 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 Hallo Hallo Einmal Zweimal Drei Mal Oh, die ist ja immer noch Und hier ist ne lilanes Ska Äh, Ska Ich kenn mich Digga Hahaha 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 Ich brauch immer noch ein Getränk Ey, die bringen aber nicht so viel Abschde Zone Abschde Ah Alter, fuck Zone Zone macht dir auf jeden Fall wieder mehr Damage und so Als nur einen Alter, die Ah What the fuck Bin ich denn hin? Hä? Was war das? Hilfe! Ich bin durch den Gullydeckel durch Warte Hä? Wie ist das? Du hast den Gullydeckel Lifestyle gemacht, oder? Ja Ist ja mal lustig Scheiße, ich komm hier nicht durch, die Zone kommt, wir müssen uns beeilen Da ist noch ein Schildtrank Ja, ich könnte uns gebrochen Gib mir Teledinja Gib mir Teledinja Gib mir Teledinja Ich könnte was gebrauchen Ey, man läuft auch ganz anders, ne? Ist alles schneller geworden, oder bin ich dumm? Irgendwie Wäre cooler Cooler Cooler, genau Das ist ein gutes Argument, meine Damen und Herren Cooler Hey, da hinten fährt ein Auto, mir wird ein Autozeichen angezeigt Der Zug Der Zug kommt gleich, Leute Ah Ah Ja, 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 Achtung Aber wenn wir aufsteigen, müssen wir aufpassen, dass da keiner drinnen ist Ah Ah Du Haar Weiß auf den Zug Segurem am und nach Warum dann? Komm mal hier, hier, hier Komm mal die ganzen Dörfer abfahren Achtung, das sind schon welche Ja Die stehen oben drauf Ja, ja, ja Und dann fahren wir in die Zone rein, Alter Das ist doch behindert Schatz, komm aus der Zone raus Ja, du willst doch Zug einmal neu Na, komm raus aus der Zone, die Zone war schneller Oh mein Gott Oh, Peter, haben wir nachruhen Ey Ilko, ich hab's überlegt Hä? Das macht mehr Damage, gell? Oh mein Gott, oh mein Gott Wir helfen die beide Hilf mir Alter, nicht wackeln Gott sei Dank, hab ich's überlebt So, jetzt schnell, Ilko Ja, so, weg hier Mismillah, Mismillah Schnell, weg, weg, weg Ah 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 Hinten Hab is geschafft ey Und das Heal- película ist auch anders Und das Heal-eger ist auch anders Du hieß jetzt nicht mal ein EG'estä durch, sondern, hieß bestimmte Ebete immer ja Direkt Na, nicht so umgekehrt komm schnell schnell weil die zone kommt gleich wieder 30 sekunden wenn du keine medikat hast dann hast du jetzt medikat ja ich kann nicht ich kann ähnliches das machen kommt die zone jetzt wunderbar man hört die zone ticken was ist das ein recover cake hey was ist denn das weiß ich nicht gucken was graus wird achtung das nehme ich mit digga letzte digga die letzten letzte digga was ist das denn hast du die franzi autofuck gun wenn sie mit aufsätze die haben sogar aufsetzen mit visier digga bezi what the fuck ist denn hier los wo seid ihr hier war gar keinen riss und ich habe das fliegen angefangen was ist das hier was ist das hier was sind das für gelbe greife weiß ich nicht äh alter ey wir können das gewinnen aber wir haben keine muni die müssen muni holen train keycard ah was ist das kaufen du kannst dir kaufen ich habe ein tresor aufgemacht jalla habib ja wo bist du gegner ah oder fuck oder die ficken mich hilfe geh weg der eine 120 grau hinterm stein links down hinter uns ey ich finde das geil mit visieren cod style die kette mannen ok alles gut ich versteck mich der ist aber low er ist so low er ist hier am eck vom haus ich weiß er hat mich an die alle mini limitiert 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 vor riko schatz schnell vor riko gehts vor riko oben schatz auf dem dach ich brauche leben ich schalte einfach mit pushen scheiße auf leben er lootet da in ruhe tamam ok egal weiter ich mag die map irgendwie muss ich ehrlich da bin ich bin